Ja, Mom und Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute nochmal mit Talita unterwegs. Wir haben nochmal unser Event-Setup dabei und wir sind nochmal mit Marty, Pia und Holla unterwegs, Leute. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Abfahrt. Man kann da eigentlich während des Events gar nicht out of Torten sein. Ja. Du kriegst ja so viele Blutpunkte, die müssen direkt wieder reinvestiert werden. Ja. Ich spawn neben dem Gin. Der ist zu in 3, 2, 1. Also nicht. Oha. Sonst gehen die immer zu direkt. Dann helfe ich. Dann hilfst du. Es ist wieder die... Ja, es ist wieder die... Gute alte Künstlerin. Ich auch. Nee, Leute, du. Okay, dann machen wir weiter. Ja, du hast da was in den Haaren. Ich hab da was in den Haaren. Ein bisschen Vogelscheiße. Die kommen da aber zu uns. Ekelhaft. Das mach leise. Bauen wir in die andere Richtung ab. Oh. Hallo. Na. Die hat Bock auf jeden Fall. Bist du hier weg, ne? Okay. Dann bin ich zu Pierre weiter. Äh, sie hat mich verloren. Keine Ahnung. Ich glaub, sie spielt ohne Bildschirm. Das muss so sein. Alter. Alter. Es hat tatsächlich eine Sekunde gerade gebraucht, damit ich verstehe, was du meinst. Okay, Leute. Ich muss einmal eine Sache, eine Sache, mit der ich auf die Flügel ansprechen. Aha. Ich finde Klimaanlagen extrem beschissen für die Umwelt. Und ich habe zu Hause auch einfach immer auf eine Klimaanlage verzichtet, weil ich gesagt habe, boah, ich komme mit so einem, mit so einem Turm. Siehst du bei mir übrigens. Von so einem Ventilator-Turm komme ich besser klar. Und jetzt habe ich aber im Off, was haben wir jetzt, Klimaanlagen-Mobile. Weil wenn du halt einfach mitarbeitende Leute und PCs von mehreren Menschen und so weiter hast, also der Energieverbrauch, wenn jeder einzelne Ventilator-Turm vor sich stehen, Hand ist nicht besser als von einer Klima. Ich weiß nicht, was Leute so gegen Klima haben. Oder Europäer. Sagen wir Europäer. Klimaanlagen. Ich glaube halt oft wirklich dieses Energie-Ding. Ja, aber wenn wir jetzt irgendwie... Ja, genau. Dann wäre das ja gar keinen Stress. Ja, dann wäre das scheißegal, ja. Das ist richtig. Ja. Also ich schon, weil... Ja, baust du da welche drauf? Also ich finde es okay. Ich kaufte ja erst mal eine Tür. War da nicht was? Ich finde es okay, eine Klimaanlage zu haben, wenn man einen grünen Strom hat, so. Nein. Ich finde es auch völlig okay. Also ich würde das bei anderen Leuten auch auf gar keinen Fall verurteilen. Ich habe mich selber immer quasi gesagt, ich komme mit so einem Turm, klar. Ja. Weil es einfach reicht, so. Aber ich habe jetzt eine Klima, auf jeden Fall. Und das wollte ich eigentlich nur erzählen. Ich habe so eine kleine mobile Klimaanlage jetzt, weil es auch warm wird. Das auch für... Ah, nee. Aber fürs Office jetzt, oder wie? Oder für zu Hause? Äh, fürs Office. Zu Hause habe ich nur mal die Rum. Das geht auch voll. Ah, okay. Ich dachte, im Office habt ihr einfach so eine fest installierte quasi. Nee, nee, nee. Wir sind ja nur eingemietet. Ähm... Und haben... Hier, Jen, wo geht die Reise hin? Let's go. Und jetzt haben wir halt... Also wir haben tatsächlich zwei Klimageräte. Wir haben eins bei mir jetzt im Zimmer stehen, weil ich so ein ganz kleines Zimmer habe und das halt die Tür schließen muss, weil ja Kim hier aufs Bündnis und das mit der Lautstrecke sonst nicht geht. Und auch so 14 Quadratmeter mit drei PCs sitzen. Ja, wenn ich irgendwo her, ja. Und wo ich auch meine Tür mal in offen. Ja, das macht nur einen Unterschied. Reicht halt leider auch nicht. Ich komme nicht gleich abhängen. Wir kriegen wahrscheinlich Vögel jetzt ab, weil wir geschrien haben. Oh Gott, da sind sie schon Hilfe. Oh, der Ringer erwischt. Und das ist ein zweites Klimagerät haben bei dem Coworking-Space, weil wenn da vier Leute sitzen, mit PCs und die ganze Zeit vergessen, das funktioniert nicht. Sie hat unseren Jen getreten und folgt mir. Vielleicht kannst du wieder rangehen, wenn du deine Vögel aus den Haaren hast. Wie folgt ihr? Wir haben hier noch einen Jen in der Ecke. Wann fahr ich mal hoch? Was ist denn mit ihr? Du bist zu gierig. Renn doch mal hinterher hier. Was ist denn eine Luft-Luft-Wärme-Könchung? Das ist eine Klima in anderen Schranken. Ich glaube, ist das nicht im Kühlschrank so eine Luft-Luft? Nee, Luftflüssigkeit. Das ist auch eine Kühlschrank, also ja, Kühlschrank ist auch eine Wärmeform. Ich lasse einfach meinen Kühlschrank offen, easy. Wir haben auf der Ranch so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, Klimagerät oder was das ist, das halt im Sommer runterkühlt und im Winter aufwärmt. Und halt komplett auch mit Solarenergie. Nee, Fehm, moin moin. Gold wert. Oh, okay. Das hat bei mir aber auch echt lange gedauert. Aber alleine das auf so einer angenehmen Zimmertemperatur zu halten, wenn du irgendwo bei minus 5 Grad in Brandenburg bist und alles gefroren ist, also wie oft ich im Winter darunter stand und meine Finger einfach aufgetaut hab. Aber ich geh sonst mit Carly einfach ganz kurz einmal Pipi machen gleich. Ja, es hat so knapp an mir vorbeigeschossen, ey. Ja, mich hat sie getroffen. Die kam nämlich eben schon, hat so geguckt. Pipi? War zwar eigentlich vom Streamer. Und hier hat Fußbodenheizung mit Wärmekreislauf und Kältekreislauf. Je nachdem, also im Sommer kann der dann... Ah, das ist auch geil. Das ist auch geil. Wie ich einfach immer auf den Boden mich einfach legen würde, dann im Sommer. Ja, und das ist halt auch Gold hier. Also erstmal Photovoltaik. Und dann irgendwann isolieren. Wärme, Pumpen, Fußbodenheizung. Ja, das ist ne geile Kombi. Ist auch vorbundlich richtig geil. Oder generell Hausführe. Es ist so geil, warme Füße zu haben. Ja, einerseits das, aber auch... Wobei, da würde ich auch... Ja gut, du hast Katzen, da ist es nicht so schlimm. Also ich hatte in meinem Miethaus in Österreich hatte ich eine Fußbodenheizung. Und da habe ich zum Beispiel auch ganz bewusst... Ich hatte vor... Im Badezimmer hatte ich sie an. Und in der Wohnküche. Und jetzt sonst nirgendwo. Also auch im Winter, im kalten Winter dann auch im Büro. Teilweise, aber nicht komplett. Aber so zum Beispiel Flur und Schlafzimmer und so hatte ich sie nie an. Damit die Hunde halt auch ausweichen können auf kalten Boden. Und nicht den ganzen Tag auf warmen Boden sitzen. Warte, warte, ich bin hier in der Ecke. Die akklimieren sich ja auch über die Pfoten-Bit. Ein bisschen... Ich kann heilen, ich kann heilen. Achso. Über dir. Meine Katzen sind so... Oh, da scheinen Sonne, die Südseitentür. Lass mal da hinlegen, da ist geil heiß. Ja, das machen meine Hunde auch, dass sie sich bewusst in die Sonne legen. Aber das Problem ist, dass Hunde nicht schwitzen können. Ich glaube Katzen auch. Und Hunde zirkulieren ihre Temperatur viel übers Hecheln und über die Pfoten. Und wenn jetzt der Fußboden warm ist, dann haben sie keine Möglichkeit mehr, ihren Körper abzukühlen. Und das kann ja zu einem Hitzeschlag führen. Und deswegen ist halt bei Fußboden halt... Das ist in einem Gebäude in der Mitte. Ja, klar. Das muss auch nicht. Also die Fußbodenheizung ist kein Problem, solange du quasi einfach so einen Raum hast, der kalt bleibt. Und der Hund im Zweifelfall halt dorthin ausweichen kann. Ich war die ganze Zeit bei mir und nur Halle ist mal am Jen gefühlt. Ja, ich hab sie. Du kannst weiter machen. Warte, vorgestern hab ich Kali auch gesucht und dann lag sie auf einmal im Badezimmer einfach auf den Fliesen. Ja, für mich war die Fliesen, ne? Ja. Oh, danke fürs Ablocken, Pia. Meine Hündin hat sich angewöhnt, sich bei mir zu Hause in der Wohnung, in mein Office zu legen. Da liegt sie dann auch auf dem Bett und nicht auf dem Boden. Aber da es nicht abgedunkelt ist, ist was, wenn ich da halt nicht mehr arbeite so viel, ist das halt meistens der kühlste Raum in der Wohnung. Und dann ist sie so, ach, ihr seid alle im Wohnzimmer und woanders. Leckt mich. Ich lege mich allein. Adrien, let's go. Sie fällt mir an, ich bin immer, oh, scheiße, sorry. Aber, ah, da hinten. Ich hab auch nicht schlecht geguckt, 40 GB war schon wild, ey. Ich hab's vorhin vor DPD angefangen, aber bin auch nicht ganz fertig geworden. Ich hab währenddessen einfach geladen, hat geklappt. Jetzt nicht mehr. Jagst sie jemanden? Ja. Okay, ich bin nämlich noch hier am Ausgang relativ nah. Das gibt's nicht. Wie hat sie das denn gesehen? Sie hat einfach drei Stück da gemacht. Aber komm zum Ausgang gelaufen, Holla. Den schaff ich aufzumachen, dann tank ich einen. Where you at, bro? Ich folg dir einfach. Holla, where you at, du läufst ja ganz falsch. Was ist da los? Dann rausgehaufen. Oh nein, und ich tank noch einen für Holla. Gut, ich dachte, der wäre der da. Der hat auch hier neben dir getrudelt. So, komm mal einfach mal rauslaufen, aber ich würd dich mal heilen. Ey, guck mal, die anderen steht schon im Ausgang, Holla, die gehen. Ich seh das grad, die gehen. Jetzt sind sie stehen geblieben, weil ich sie outcalled hab. Zwei Sekunden spät. Äh, früher haben wir gesagt, wir bleiben stehen. Schau mal. Nein, wer holt dich noch, Holla? Ja, aber hätte nicht sein müssen, wenn ich den richtigen Ausgang genommen hätte. Schlimm, gibt noch ein paar Punkte für den Killer und für den, der abhängt. Oh, das war knapp. Da steht sie, sie guckt schon. Man fühlt sich um, wie so ein Matrix. Let's go, Pia kann abhängen vielleicht. Ja, das wird ein Tricks. Das wird ein Tricks. Ja. Aber das ist okay. Punkte für alle. Dann müssten wir einmal Holla bitte heilen. Ja. Ich bin hinter dir. Ich bin nicht heilen. Falls sie nicht kommt. Sie kommt. Sie kommt. Ja, jetzt hab ich mir die Vögel hier dran. Ja, ich mach auf hier neben dir. Und dann kannst du einfach rausgehen. Jawoll. Das klingt wundervoll. Lass mich rausschlagen? Nee, sie hat mich nicht rausgeschlagen. Oh, kurz auf K. Wie du bist auf K. Sie sind immer noch bei mir? Ich lass mich rausschlagen. Du Troll. Oh mein Gott, ich hab mich nicht rausschlagen lassen. Nein. Ich hab's beobachtet. Warte, soll ich dir noch ein, Pia? Die anderen haben sich nochmal downlassen. Zwei Zentimeter zu wenig. Schön. Aber Holla ist direkt da am Ausgang. Let's go. Sie ist tot oder? Achso, nee. Nee, nee. Ich hab' er. Ich hab' er. Ich hab' nichts mehr tun für sie. Dann hab' ich dich gleich. Ich hab' dich gleich. Direkt. Oh, sie ist wieder hier bei uns, Pia. Alles gut, geht raus. Ich spiel' mal mit ihr. Holt mal Holla. Sie ist so viel. Geht raus. Geht raus. Geht raus. Geht raus. Geht raus. Geht raus. Aber wir sind ja safe. Wir sind am Ausgang. Ja, wir heilen. Wo sind die? Ah, ja, okay. Boah, die Arme hat einfach nicht mal getroffen. Äh, ich kann die Ausgänge so schlecht einschätzen. Die haben dich irgendwie verändert, so von der Länge her. Oder? Okay, Leute. Ich glaub' nicht, aber... Fühlt sich so an. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid zu blöd, irgendwas in eurer Wohnung zu machen, denkt immer dran, dass bei mir gerade jemand in den Stream geschrieben hat, dass die Hotelgäste hatten, wo Leute versucht haben, mit einem Ofen und einer Herdplatte zu heizen, indem sie das volle Pulle gedreht haben. Scheiße. Das klingt nach einer Sache, die ich heute auch mache, Leute. Bei den Temperaturen ist es bestimmt, äh, ratsam, einfach mal den Ofen und die Herdplatte anzulassen, um ein bisschen zu heizen, Leute. Ist noch nicht warm genug in der Bude in diesem Sinne. Dankeschön auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, das natürlich gerne. Liked da, lasst einen Kommentar, da seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Hau da rein. Ciao, ciao. Ciao.